Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 457 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Green, Vodafone, Bildvorschau, MyFritz App 2, Mac App Store und Dawn. Zuerst beginnt es mit Google. Google, die haben vor einem Weilchen mal verlauten lassen, dass sie in der Schweiz auch ein Rechenzentrum aufbauen möchten. Und da wurde länger hin und her gewährleistet, wo das Ganze schlussendlich dann landen soll. Bei welchem der großen Player und so weiter. Es hieß immer Region Zürich und ja, Google ist ja gut, es befindet sich in der Nähe. Gut, Facebook kann das auch und die Schweiz sind halt kleine Distanzen. Schlussendlich landet das Ganze in Aargau. In Region Zürich kann man so Agglomeration in dem Sinn auslegen. Auf jeden Fall soll das Rechenzentrum bei Green, Green.ch landen. Da ist man aktuell am Aufbauen einer neuen Anlage, die dann eben schlussendlich im Jahre 2019 mit der Google Cloud Plattform befüllt wird. Wir dürfen uns freuen, hier in der Schweiz zählen wir somit dann auch zu einem der 17 verschiedenen Standorten, wo es ausserhalb der USA ein solches Rechenzentrum gibt. Dann wollen wir doch mal weitergehen und zwar mit Vodafone. Die haben ja nicht nur im Originalland England, also in Britannien, einen Telekommunikationsdienst, das bieten sie auch in Deutschland an und in vielen weiteren Ländern. Unter anderem auch in der Tschechischen Republik und da ist jetzt ein Fall aufgeflogen, der ziemlich hässlich ist. Denn ja, Benutzerdaten wurden da nicht wirklich sauber geschützt. So temporäre Pins von 1, 2, 3, 4 und ähnliches wurden vergeben und somit konnten, ja, wie sagt man den, Leute Geld erhaschen, indem sie eben Konten übernommen haben und darüber Premium-SMS-Dienste und so weiter befeuert haben und somit sich natürlich dann die Tasche befüllt haben damit. Das Ganze kam dann nicht wirklich heraus. Auf jeden Fall durften die Kunden das Ganze bezahlen und dann sogar Geldeintreiber wurden losgeschickt. Als dann der Fall bekannt wurde, ziemlich hässlich, die beiden Verantwortlichen bei Vodafone wurden dann auch verknackt. Aber anscheinend besteht Vodafone immer noch auf die Beträge, die noch offen sind. Das ist natürlich ein ziemlich unschönes Ding und ja, sowas sollte man nicht auf dem Rücken der Kunden ausrollen, finde ich doch, weil der eigene Dienst einen Fehler macht oder die eigenen Mitarbeiter. Gehen wir weiter mit WhatsApp. In der letzten Geek Talk News Folge haben wir darüber berichtet, dass WhatsApp eine neue Notification-Erweiterung bekommt, dass wenn man über die Notification swiped von links nach rechts oder darauf tippt, dass dann eben die Bildvorschau oder eine GIF-Vorschau hervorkommt, auch im Sperrbildschirm. Und das wurde jetzt ausgerollt mit dem neuesten Update, was gestern für euch rausgeflogen ist. Wer das möchte, gerne anschauen. Ich gehe dann nachher gleich mal schauen, ob ich das deaktivieren kann. Warum? Könnt ihr in der letzten Geek Talk News Folge euch anhören, für den Fall, dass euch das interessiert. Apple Music hatte ich ja gestern schon mit der Charts-Geschichte, die sie jetzt für viele Länder dieser Welt haben. Und da wurde noch mehr Ordnung geschaffen. Apple hat jetzt nämlich Singles, Alben und Videogeschichten, also wie sagt man den, Compilations und Videos voreinander getrennt. Das Ganze optisch ein bisschen besser und schöner aufbereitet. Ich hoffe ja nach wie vor, dass iTunes oder wie gesagt Apple Music endlich auch den Weg ins Web findet. Wäre natürlich schön. Und somit wäre es dann auch eine gute Geschichte, vorher ein bisschen aufzuräumen. Träumen darf man ja weiterhin noch. Wer Kunde ist von einem Fritzbox aus dem Hause AVM und die App, MyFritzApp nutzt, der kann, wenn er möchte, die neue Version, die bald irgendwann dann rauskommen wird, in der Version 2.0, schon mal vorab testen. Aktuell sucht AVM nämlich 10.000 Tester, die das Ganze machen möchten. Wenn ihr wissen möchtet, wie das geht, Link ist bei uns auf daily.giktok.ch in den Shownotes. Da seht ihr, an welche E-Mail-Adresse ihr welchen Betreff, respektive welchen Inhalt der Mails schreiben müsst, damit ihr nachher zu den Testern gehört. Aber beeilt euch, denn die 10.000 sind sicherlich ziemlich schnell weg, denke ich doch. Für den Mac App Store hat Apple auch aufgeräumt, oder immer Mac App Store. Nicht nur bei iTunes, sondern eben auch bei den Apps. Und da sind anscheinend einiges an Apps aufgetaucht. Man hat herausgefunden, dass Apps private Daten ausschnüffeln. Zuerst fliegt ja der Adware Doctor raus, der euch ein paar Daten, also der Browserverlauf ausgelesen hat. Das mag man nicht so. Und dann hat man Apps gefunden, die angeblich von Trend Micro kommen sollen. Und ja, die haben noch mehr rausgelesen. Nicht euch vor Viren geschützt, sondern eure Daten ausgelesen. Sowas geht natürlich gar nicht. Ja, sowas muss gelöscht werden und hat Apple auch getan. Gut so und sucht weiter. Da gibt es sicherlich noch das eine oder andere, das nicht ganz so läuft, wie es sollte. Und zu guter Letzt, der Raumsonde Dawn, der geht den Sprit aus. Wem das nicht sagt und der das nicht verfolgt hat über die letzten, was waren das, elf, zwölf Jahre so circa. Genau, September 2007 ist die Sonde gestartet. Und sollte eben ein bisschen weiter nach draussen gehen, um ein paar Planeten und ein paar Himmelobjekte für uns erforschen. Und die sogenannte Rekordsonde, weil eben so lange war bis jetzt noch keine unterwegs und so fleissig hat noch keine Bilder und Daten geliefert, der geht jetzt endgültig den Strom, also nicht der Strom, sondern den Sprit aus. Bis an ihn hat man die Mission zwei, dreimal verlängert und jetzt geht das eben aufgrund des genannten fehlenden Sprits nicht mehr. Sehr schade und ich hoffe doch, man hat bald die nächste Sonde oder nächste solche Sonden draussen oder hat noch welche draussen, die weiterhin solche Daten liefern. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, bei den Show Notes haben wir einen Link, bei dem das Ganze beschrieben ist. Und da ist auch ein Link zum NASA direkt. Und da gibt es natürlich noch deutlich mehr Bilder, schon eindrücklich zwischendurch mal so auf andere Planeten zu schauen und danach mal ein paar Größenverhältnisse anzustellen. Wir sind halt schon sehr klein, wir Menschen da auf dieser Erde. Aber ja, das war es für die heutige Folge. Das waren die Themen, die ich für heute habe euch aufbereiten können. Mein Gott, Deutsch für Anfänger. Ja, euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Mittwoch wieder, dem Tag der Keynote. Oder besser gesagt, der Tag vor der Keynote. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.